Rot gegen Blau Hey, yo, Malzer zusammen, ja, der Jobber auch wieder am Start und, ähm, ja, reden wir eigentlich heute über eine Wrestling-Veranstaltung oder reden wir über eine glatte Vergewaltigung? Das ist die Frage, Raw gegen Smackdown, das ging ja sehr, ja, eindeutig aus, kann man ja schon mal sagen, sehr, sehr einseitige Sache, ohne jetzt hier zu viel vorwegnehmen zu wollen. Ein krasses Leben, krasse Veranstaltungen, die wir hier geguckt haben. Björnster, wie ist dein Eindruck hier nach der Survivor Series? Bist du niedergeschlagen und enttäuscht oder bist du einfach ein bisschen überrascht oder bist du sogar überglücklich? Wie sieht's aus? Nö, da ja zumindest, ich sag mal, es waren ja zwei sehr, sehr gute Matches dabei, dann ein paar Comedy-Einlagen, ein Comedy-Man-Event und so. Alter, da waren ja schon Sachen, die auch unterhaltsam waren, so war es ja nicht. Eigentlich habe ich den Paper-View echt gut durchgestanden, bin auch komplett fit und das kann ich nicht nach jedem Paper-View behaupten. Allerdings, wenn man dann noch genauer drauf schaut, dann kann das ein oder andere doch vielleicht ein bisschen Kopfzerbrechen, ähm, ja, verursachen. Wir nehmen das hier live direkt nach dem Paper-View auf, herzlich willkommen auch an alle Live-Zuhörer, aber ganz egal, ob ihr das jetzt live hört oder danach auf YouTube oder auf Patreon, wir legen los. Und zwar mit dem ersten traditionellen 5-on-5 Survivor Series Elimination Match an diesem Abend, das fand in der Kick-Off-Show statt und zwar das Match der Tag-Teams Raw gegen SmackDown, hieß es hier dann zum ersten Mal. Die Colons waren natürlich die ersten, die rausgeflogen sind, hätte man auch so definitiv tippen können. Am Ende waren es The Revival und die Usos, die übrig geblieben sind, die Usos können The Revival eliminieren und so war SmackDown hier quasi 1 zu 0 in Führung. Aber das war auch der einzige Sieg von SmackDown an diesem Abend, Spoiler. Also nach über 20 Minuten dieser Sieg für die Tag-Teams, aber im Endeffekt hat dieser Sieg ja auch gar nicht mehr gezählt, ähm, aber zumindest die Kick-Off-Show konnte, ja, war so die einzige Show an diesem Abend, die SmackDown für sich entscheiden konnte. Ja, immerhin die Kick-Off-Show konnten sich entscheiden. Ja, ich muss dazu sagen, ich hab mir den Quatsch natürlich nicht angeguckt, weil ich bin da nicht bescheuert und guck mir eine 2-Stunden-Free-Show von der Survivor Series an, die so viel Bedeutung hat wie, ja, das Hundefutter, was ich meinen Hund sonst kaufe. Ne, das ist irgendwie ein schlechtes Beispiel, weil ich kaufe Fußes Hundefutter. Nein, das war doof. Ähm, vergesst es. Ähm, ja, ne, ich hab mir die Kick-Off-Show natürlich nicht angeguckt, ich bin da nicht bescheuert, äh, und dementsprechend konnte ich im Paperview auch gut durchstehen. Wer natürlich schon 2 Stunden lang das ganze Gelaber von den Idioten, die sich da angehört hat, der ist natürlich selber schuld und hat am Leben eh verloren. Im Leben eh verloren, ja. War das jetzt zu hart, ne, oder? Das geht doch, oder? Nein, nein, also diese, diese Kick-Off-Show, ich hab mir auch nur das Match angeguckt, äh, ich mein, wenn, wenn man das so parallel noch laufen lässt, wenn man eh schon wach ist und da so, nebenbei guckt, dann kann ich das auch verstehen. Ähm, ja, aber ist keinem zuzumuten, sich das mit 100%iger Aufmerksamkeit anzuschauen, wie René Young und sonstige Panel-Leute da, äh, quatschen, das würde ich auch mal behaupten. Es hat ja auch keine Relevanz, ich mein, die ganze Paperview hatte ja kaum Relevanz, ja, aber ich mein, auch die Kick-Off-Show hat ja gar keine Relevanz, denn schließlich wurde das Ergebnis ja nochmals erwähnt oder später ins Ergebniswort mit aufgenommen, von daher hat's ja eh nicht stattgefunden, oder? Ganz genau, das ist die Sache, dieser eine Sieg von SmackDown war im Endeffekt in der Endbilanz nicht mit von der Partie und, äh, nicht beachtet und das zeigt ja schon, was man so auch von der Kick-Off-Show hält. Das heißt, lass uns schnell weitergehen von der Kick-Off-Show dann in die Main-Show und zum ersten traditionellen 5-on-5-Elimination-Match der Survivor Series, was dann auch gezählt hat und zwar das der Frauen-Teams, Raw gegen SmackDown natürlich. Eine Frau konnte leider an diesem Abend nicht antreten, sie heißt Becky Lynch, wir haben sie an diesem Abend nicht gesehen, Naya Jax hat sie verletzt und das ist der Grund und sie ist quasi der Grund dafür, ähm, dass wir sie heute nicht gesehen haben hier bei der Survivor Series und Naya Jax war eben in diesem besagten Raw-Team und war der größte Heel aller Zeiten an diesem Abend, muss man sagen. Deswegen, Bayley und Sasha Banks außerdem mit im Raw-Team am Start, Björnster, die sind doch bei Raw gegeneinander angetreten und wurden dann nicht ins Team mit aufgenommen, weil Alexa Bliss sich gegen sie entschieden hat. Jetzt hat Alexa Bliss, Ruby Riott und Natalya, ähm, mit Bayley und Sasha Banks ersetzt. Was ging denn da ab? Ja, was ging denn da ab? Das hab ich, äh, ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden. Hat man das denn irgendwie in der Pre-Show noch vorher irgendwie erklärt oder sowas halt so? Also, ich weiß es nicht, äh, ich war selber doch sehr überrascht, als ob ich mal die Entrance gesehen habe und dachte so... Schreibt das mal rein, Leute, wenn ihr irgendwie in der Erklärung wisst. Wann ist da passiert? Also, zumindest in der Main-Show hat man's ja quasi nicht nochmal angesprochen und, ähm, ich nehm mal an, dass da wahrscheinlich in der Pre-Show irgendwas passiert ist, ich hab keine Ahnung, ich hab mir den Quatsch ja nicht angeguckt. War selber überrascht halt so, ähm, ja, Naya Jax, der größte Heel des Abends, okay, das vielleicht nicht, aber zumindest in diesem Match eindeutig. Naja, ob das verdient ist oder nicht, darüber haben wir ja am letzten Mittwoch gesprochen, wer es nicht gehört hat, kann gerne nochmal reinhören, da hab ich ja meine Meinung dazu geäußert. Vielleicht nicht ganz gerechtfertigt, aber gut, dass man's hier, in Anführungszeichen, dann noch wenigstens genutzt hat. Ähm, ja, schließlich, äh, war mit den Reaktionen des Publikums zu rechnen und eigentlich hat die WWE, ja, meines Erachtens alles richtig gemacht und auch mit dem Sieg am Ende, äh, von Naya Jax, ähm, ja, äh, okay, in Ordnung. Äh, Entschuldigung, Asuka. Also an Asuka. Ähm, ja, super, dass ihr uns das hier nochmal erzählt. In der Pre-Show ist das also passiert, also hatte das doch indirekten Einfluss oder, ja, doch sogar direkten Einfluss, was in der Kick-Off-Show passiert ist, auf die Main-Show, das war aber auch leider der Einzige. Wie hieß der User, der das beantworten konnte? Äh, ganz, ganz viele haben das hier geschrieben. Stefan und Marco. Spricht nicht für euch. Was ist da los bei euch? Und Max Reigns. Ganz, ganz viele, ja. Ja, aber Dankeschön auf jeden Fall, das ist, auf, auf unseren Live-Chat und auf unserer Live-Viewer und Hörer kann man einfach zählen. Das muss ich ja nochmal festhalten. Am Ende ging aber dieses Match, dieses Frauen-Tag-Team-Match, traditionell 5-on-5, an das Raw-Team. Und, äh, naja, Jack setzt sich hier quasi durch und, äh, kann das 1-0 für Raw quasi sicherstellen. Aber da hat man den Heat auch ganz gut genutzt, muss ich sagen, oder? Ja, war eine Grundlage dieses Matches. Man hat definitiv auch damit gerechnet, dass die gute Naya ausgebucht wird. Und das war auch in diesem Match, äh, zu sehen. Und, äh, auch so gebuckt, dass sie ausgebucht wird, natürlich, ne? Richtig, richtig. Und Asuka jetzt wieder gewinnen zu lassen, wäre ja auch sehr langweilig gewesen. Jetzt im Nachhinein hätte man vielleicht ja auch gleich so ein Trostig, den Damen hätten von SmackDown vielleicht geben können. Aber, naja, man hat ja andere Pläne. Ganz genau gab es andere Pläne. Und das war quasi der Opener des Abends. Das 1-0 für Raw und das 2-0, das folgte dann auch direkt darauf. Und zwar im US-gegen IC-Champion-Match. Seth Rollins trat an gegen Shinsuke Nakamura. Und, äh, ich hab tatsächlich während dieses Matches eine Augenkrankheit bekommen. Habe ich mir auch direkt diagnostizieren lassen. Der Grund dafür, meinte mein Arzt jetzt gerade, das ganz schlimme blaue SmackDown-Outfit von Nakamura. Also ohne Witz, wieso zieht der sich denn sowas an? Das ist ja unfassbar. Dieses schlimme blaue Outfit, ich musste einfach, äh, teilweise, es war so, als wäre ich so ein bisschen geblendet. Und dann hatte ich so ein Stechen in den Augen. Das ist ganz, ganz schlimm gewesen. Da muss ich mich kurz, da muss ich mich kurz einmischen, ähm, denn das hat sich ja über den ganzen Arm gezogen, ja. Ich meine, das haben sie ja auch die letzten Jahre schon gemacht, ja. Die alle haben dann irgendwelche roten Label an, die anderen haben irgendwelche blauen Label an, ja. Da gibt's ein ganz, ganz paar wenige Ausnahmen, so wie Seth Rollins, der sich zumindest erlauben kann, Hälfte, Hälfte zu tragen, ja. Weil da halt ein großer Star ist, in Anführungszeichen, ja. Aber das hat sich über den ganzen Arm gezogen, dieses, ja, wir müssen für unser Brand kämpfen und sowas halt so. Was ja prinzipiell okay ist, wenn das alles gescheit aufgebaut ist, aber wenn du auf einmal so einen Samoa Joe Backstage siehst oder sowas halt, der sich da auf einmal motivieren lässt und, ähm, ja, mit dem blauen Label rauskommt und, äh, das war alles, das ist alles nicht schön gewesen, muss ich sagen. Ich kann das, ich muss das jedes Jahr kritisieren halt so, aber dieser Zusammenhalt, der auch immer urplötzlich da sein soll, obwohl, ja, alle anderen Storylines andere Sachen erzählen. Ich sag mal, es gibt ein paar Ausnahmen, wo man es ja gut erklärt hat, ja, zum Beispiel die Sache, warum man Bergen Korben nicht angegriffen hat und so, das hab ich ja auch am Mittwoch gut erwähnt, aber in den meisten Sachen blieb es einfach unbeantwortet und, ähm, ja, da krieg ich dann immer, ja, nicht nur Augenkrippel in den Farben, die ich da sehen muss, sondern auch, äh, die Hirnkrippel. Da kriegst du einen richtigen Hals. Da krieg ich einen Hals, ja, da krieg ich auch die Hirnkrippel, weil ich die Sachen ertragen muss, ja. Ja, äh, wir werden nur über andere Dinge reden, die uns negativ aufgestoßen sind und die auch so ein bisschen, äh, in die Sache Logik und, äh, Dinge aufgreifen, die man in der Vergangenheit so aufgebaut hat, gehen. Jetzt aber erstmal zu diesem Match, Seth Rollins gegen Shinsuke Nakamura, die beiden haben ja richtig reingehauen, gab auch eine schöne Endsequenz in diesem Match und war doch definitiv ein starkes Match, würde ich behaupten. Am Ende der Konter in den Curbstorm von Seth Rollins, er gewinnt das Match, entscheidet das für sich. 2 zu 0 für Raw an dieser Stelle, der IC Champion setzt sich durch und danach wurde angekündigt Backstage von Charlie Caruso, heißt sie, glaube ich. Breaking News, bei TLC wird Seth Rollins gegen Dean Ambrose antreten. Da geht's dann also weiter für Rollins in seiner Fede gegen Dean Ambrose, ganz, ganz klar, aber hier eben vorher nochmal der Sieg gegen den Smackdown Midcard Champion. Ja, so hat man das umgesetzt, so hab ich das auch in gewisser Weise erwartet und, äh, Dean Ambrose aber an diesem Abend jetzt nicht zu sehen. Rollins einfach mit einem Aufbausieg, in Anführungszeichen, der aber schon auf jeden Fall Bedeutung hatte, so in diesem großen Spotlight mit dem Pay-Per-View und auch der, ja, relativ große Name doch, äh, Jenske Nakamura, der zumindest als US Champion da schon ein bisschen Standing hat, äh, auch wenn er jetzt nicht so die große Einsetzung bekommt, ja, das war schon auf jeden Fall ein guter Moment für Seth Rollins und auch eine gute Performance von beiden. Puh, ja, also prinzipiell kann ich dir gar nicht groß widersprechen, das war astreines, sauberes Wrestling, das war gut geworbt, aber das ist halt so wie bei vielen, ich, 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 ich muss einfach mal sagen halt mittlerweile, ich werde mit Nakamura nicht warm, ich wurde ja bei NXT noch nicht so richtig warm mit ihm, ich werde auch ein Mann, was noch nicht mehr richtig warm mit ihm, ich meine, der hat jetzt wirklich die größten Gegner gehabt und die besten Gegner gehabt, die man haben kann, bei allen Fäden und so weiter halt, die Matches haben mich am Ende nie richtig abgeholt. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt, weil er ja wirklich sauber arbeitet, er arbeitet gut, aber irgendwie, ja, reicht mir das halt nicht, um quasi dort emotional dabei zu sein. Auch dieses Match hat mich dementsprechend relativ, ja, wenig irgendwie mitgezogen, obwohl das gutes Wrestling war, gar keine Frage halt so, ja. Aber da kommen dann halt diese ganzen Standardspots halt, weißt du, mit den, äh, mit den Suicide Dive von Rawlins und so, ich kann das auch alles nicht mehr sehen, wenn ich ganz ehrlich bin, halt so. Das war halt für mich dann auch immer nichts mehr Besonderes halt so und, ja, das große Besondere war für mich am Ende, dass es wirklich dann clean ausgegangen ist, dass dann nichts passiert ist oder so, dass niemals Dean Ambos irgendwie eine kleine Mini-Ablenkung gemacht hat oder irgendwas. Ich habe ja umgerechnet, okay, zumindest kommt die Musik oder so und deswegen wird er abgelenkt und verliert dann Seth Rawlins oder irgendwas, aber da war ja gar nichts. Keine Ahnung, ob man sich da zurückgehalten hat, weil vielleicht die Frau am Kommentatorentisch saß und sonst in Verlegenheit gekommen wäre oder was. Ich habe keine Ahnung, ähm, ja, ich, äh, ja, so war es. Ich meine, dass Seth Rawlins gewinnt, das ist vollkommen in Ordnung halt so, ähm, das wird jetzt Nakamura auch nicht umbringen oder so halt, aber groß dran erinnern wird man sich dann doch nächste Woche nicht mehr dran, oder? Nee, also das ist auch, äh, so, so generell das Fazit, glaube ich, für Survivor Series, was wir hier schon vorweggreifen können, das Pay-Per-View-Konzept ist jetzt seit, ähm, 2016, ne, glaube ich, doch, 2016, also 2016 das Jahr, wo der Brand-Split eingeführt wurde und dann auch die Survivor Series in diesem Raw gegen SmackDown, ähm, Thema ausgetragen wurde, da ist ja die Herangehensweise, hey, wir bieten große Matches auf zwischen den Brands und die haben nicht viel Bedeutung, da geht's natürlich nicht um die Titel, äh, bei den Champion-Versus-Champion-Matches und auch bei den Tag-Team-Matches zwischen den Brands, das, das, also, da, da kann man nichts gewinnen quasi, außer jetzt den Respekt oder, boah, die, die große Leistung und, oh, wir schmücken uns danach bei Raw und SmackDown, aber ein Monat später oder so eine Woche später ist das vergessen, ähm, genau wie du's sagst, also, man könnte da ja mehr daraus machen. Man könnte das ja machen, man könnte ja ohne Probleme halt auch, weißt du, Brand-intern und sowas halt, Simulations setzen so nach dem Motto, weißt du, okay, wenn ihr das nicht gewinnt, dann wird das und das passieren oder irgendwas halt so, weißt du, oder Anreize schaffen für die jeweiligen Teilnehmer oder irgendwas halt so, aber da wird sich ja gar keine Mühe gegeben, es wird einfach nur gesagt, ey, wir sind SmackDown, wir sind die Besten, wir müssen alle zusammenhalten, jawohl, auf die mit Gebrüll, und, äh, ja, dann die weiße Padel schwenken und schnell wieder von dann ziehen. Ja, man verlässt sich halt darauf, dass so Matches wie Brock Lesnar gegen einen AJ Styles, beziehungsweise dann letzten Endes in der Umsetzung Brock Lesnar gegen, ähm, Daniel Bryan so groß sind und auch so mit diesem WWE Champion gegen Universal Champion, dieses Once-in-a-Lifetime-Ding, was man sagt, so. Ja, warum macht man denn nicht irgendwas halt halt von mir aus, dass das zieht. Irgendwas halt so, okay, immer Brock Lesnar, aber wenn du, du deliverst jeden Abend halt so und wenn du dir an diesem Abend keine Mühe gibst und dich von Daniel Bryan vorführen lässt und verlierst oder was halt so, dann musst du halt die nächsten vier Wochen jede Woche auftauchen und jede Woche den Titel verteidigen oder irgendwas, irgendwas irgendwie, dass die Leute halt irgendeinen Anreiz haben zu gewinnen oder so halt, weißt du, ne. Aber, naja, das wäre halt, dafür bräuchte man vielleicht kreative Leute, aber ich habe halt gehört, die WWE ist ziemlich unterbesetzt und kann keine Whiter bezahlen. Da habe ich auch was Interessantes neulich zu gelesen zu, ähm, Kreativität im Wrestling, aber das können wir vielleicht mal bei einem Wrestling Topic Talk auf Patreon oder so besprechen oder in der Raw vs. Smackdown Review, da ist jetzt hier kein Platz für, aber, ähm. Es ist tatsächlich in ganz vielen Unternehmen aktuell so, auch in der Unterhaltungsbranche vor allem, dass so ein bisschen die Kreativität verloren geht durch Hierarchien, also, dass das Kreativteam einfach nicht viel zu sagen hat, weil es ist ja auch im Endeffekt so, ähm, dass das Kreativteam einem Winzweckmann ganz klar unterstellt ist und dass das so eine Grundlage davon ist, dass die sowieso denken, okay, wenn ich jetzt einen Einfall hätte, wenn ich eine krasse Idee hätte, im Endeffekt kann ich doch nicht sicher gehen, dass sie umgesetzt wird, im Endeffekt entscheidet trotzdem der über mir noch, was dann wirklich die gute Idee ist, was die schlechte Idee ist, ähm, ja, und das steht meistens nicht mal im Einklang mit der Fan, äh, mit der, mit der Fanmeinung, mit den Fans, ja. Ja, 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 Winzweckmann hat sich auf jeden Fall den Abend ausgetobt, ne, fing ja schon hier beim Opener an, ne, aber der Winzweck durfte nicht fehlen, ne? Der dürfte nicht fehlen, Björnstown, weißt du, was er auch nicht fehlen dürfte? Haha! Das, ähm, ja, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, dass das Ereignis, was bei den Authors of Pain gegen The Bar, äh, sich ereignete, als, ähm, Drake Maverick in dieses Tag Team Champions von Raw gegen Tag Team Champions von Smackdown Match eingegriffen hat und dann von Big Show gestoppt und gewürgt wurde. Er greift ihm quasi an die Kehle und wirkt ihn so, während Drake Maverick sich in die Hose macht. Da hab ich mir auch gedacht, was gucke ich hier eigentlich an? Und zum Glück sieht jetzt niemand, dass ich diesen, dieses, dieses Event gucke, dass ich, ähm, diese, dieses Unterhaltungsprodukt verfolge. Weil sonst hätte ich mir wirklich ein bisschen Gedanken gemacht und sonst hätten mich, äh, hätten sich die Leute um mich herum auch Gedanken gemacht, um, ja, wahrscheinlich meine geistige Gesundheit. Was war bitte das? Und dann übrigens, muss man noch dazu sagen, vielleicht, die AOP nutzen das, um zu gewinnen. Das war quasi der Aufhänger für die Ablenkung. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also, das ist doch, das ist doch einfach, also, das ist doch einfach, das ist doch einfach alles lächerlich und am Ende, ich, ich muss echt sagen, nach dem Spot, hab ich mir gedacht, ey, was zur Hölle schau ich mir da eigentlich an? Und wenn man solche Gedanken hat, dann ist es vielleicht doch ganz gut, den Fernseher einfach mal abzuschalten. Ja, jetzt ist es soweit, Jonathan, kannst du dich jetzt offiziell in die Klinik einweisen oder so, ja? Ich, derjenige, der sich immer über Comedy beschwert und sowas halt, hab hier überhaupt nichts auszusetzen. Junge, was? Ich hab hier überhaupt nichts auszusetzen. Ich, ich saß hier, ich hab geschmunzelt, es hat kein Wrestler geschadet, ich mein, der Typ ist halt eine Witzfigur halt so, ja? Ja, der braucht nicht overkommen, der kann sich ruhig in die Hose pissen. Es hat, es hat dazu gedient, dass, dass, dass AOP den nächsten Sieg für War holt, obwohl, sag ich mal, von Papier her hier mit Sicherheit, äh, Cesaro und Sheamus hier die Favoriten waren. Ich fand's okay. Okay, jetzt ist es soweit, ich kann in die Klapse. Alter, Björn, ich hab mit allem gerechnet, aber nicht damit. Äh, Leute, schreibt mir. Wenn ihr jetzt auch noch, wenn ihr jetzt auch noch R-Truth irgendwie schlecht reden möchtest, ja? Das fand ich nämlich auch lustig. Das war hier mit einer meiner Highlights den ganzen Abends. R-Truth, der Backstage kam und dann sich in der Umkleide geirrt hat, das kann man vielleicht auch noch ansprechen. Vermutlich waren das auch Segmente von Vince McMahon, aber da muss ich sagen, das fand ich in dem Fall ordentlich, weil, ich mein, ich beschwere mich ja oft halt so, weil halt ein Wrestler wirklich geschadet wird und sowas halt so, ja? Aber, ich mein, das ist halt Drag Malfovic, ich mein, sorry, ich mein, der hat, der trägt ja jetzt keinen Schaden von, der zukünftig oder so heißt, weißt du, okay, ich hab keine Ahnung, wie der bei 2A5 abgeht, als irgendwie der General Bellinischer und wenn der Autorität auftritt und tritt und sowas halt, ist das natürlich schon scheiße, aber ich guck das ja nicht, von daher ist mir das egal, weißt du, ich kann das Mainwasser-Produkt quasi wiedergeben und da fand ich das, in Anführungszeichen, in Ordnung. Ähm, es ist halt, es ist halt schon eine Art von Spot, die ich einfach beim Wrestling nicht sehen will, dass sich jemand da in die Hose... Ja, wenn ich jetzt, wenn ich diese Wrestler in die Hose gepisst hätte und so, dann bin ich ja ja voll bei dir und so, das geht ja gar nicht und so halt, aber so, ach, das war doch okay. Also, ich mein, da hab ich schon viel, viel Schlimmeres im Wrestling erlebt, also, ähm... Aber der Typ ist doch ein Manager von einem, also von einem Heel-Zerstörer-Team, was Tag-Team-Champions sind. Also, das ist doch keine Darstellung. Ja, AOP muss sich natürlich jetzt Gedanken machen, ob sie nicht vielleicht mal ihren Manager austauschen sollten und sich vielleicht, vielleicht den Manager von, äh, Cesaro und Sheamus von einfach Big Show, weißt du, also, okay, Quatsch, ähm... Aber, äh, ja, aber, nee, ich, also, ich fand's okay. Haltet mich für verrückt, tut mich in den Kommentaren zerreißen, begründet es gerne dabei, halt so, aber... Ich mein, bei vielen Sachen muss ich ja auch sagen, wo ich sage, wo andere schmunzeln, wo ich mir denke, mal so, Alter, was stimmt denn mit euch nicht? Ich hab hier geschmunzelt und fand das halt jetzt auch, wenn ich drüber nachdenke, für keinen großen Negativ. Wenn du drüber nachdenkst? Ein feuchter Traum, oder? Auch für Drag-Reverick nicht halt so. Ich mein, der Typ ist eh eine Witzfigur halt so. Also, deswegen hat er ja die beiden großen, starken Jungs links und rechts neben sich, weißt du? Er ist halt nur, anfangs sage ich, ein bisschen clever halt so, aber körperlich ist er halt eine Witzfigur. Und wenn du, was willst du denn machen? Hör mal, ich möchte dich ja mal sehen, wenn Big Show dich in den Würfelgriff hat, ne? Aber ich soll mal eine Großaufnahme auf deinen Schniedel machen, mal gucken, ob da alles trocken bleibt. Die beste Situation in diesem, oder während dieses Matches war sowieso, als Enzo Amore eine Promo in der ersten Reihe gehalten hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Enzo hat sich da auf der Kameraseite, ja, in die erste Reihe irgendwie begeben. Er hat sich wohl ein Ticket gekauft für den unteren Bereich der Halle und hat dann da große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Kameras haben es dann versucht, so ein bisschen zu vermeiden, auf ihn zu filmen und er wurde aus der Halle geworfen. Darf ich auch was sagen? Ich bekomme nämlich mit die Reaktionen darauf und so halt, ja. Ich habe auch während des Matches mitbekommen, ist so, oh, was geht denn da in der Crowd ab und so? Und habe mitbekommen, da stimmt irgendwas nicht. Und wir waren am Rätseln, wir haben zusammen auf den Discord mit mehreren Leuten geguckt, was denn da passiert ist. Und dann kam man später relativ schnell raus, auch dank Spotfight. Groß Lob geht an euch raus, was denn da so vorgefallen ist. Und ich habe die vielen Reaktionen auch bei mir auf dem Discord von den Kollegen mitbekommen und so halt. Und auch die Leute in der Halle halt so. Ich muss ganz klar sagen halt so, was ist der Typ eigentlich für eine Witzfigur halt so, ja. Dass der Typ so armselig nach Aufmerksamkeit battelt halt so, ja. Das ist ganz, ganz traurig. Und die WWE hat vollkommen richtig reagiert, indem sie da zur Halle verweisen und ganz schnell für Ruhe sorgen. Ähm, das ist ja auch so eine Sache bei Enzo Amore, der jetzt tatsächlich extrem, ähm, ja, fast schon verzweifelt, würde ich sagen. Verzweifelt trifft es eigentlich ganz gut. Nach Aufmerksamkeit sucht. Ich meine, es wäre ja okay gewesen, wenn der einfach da gesessen hätte. Das hat er ja am Anfang ja auch gemacht. Der hat ja nur da gesessen und zugeguckt. Das kann er ja ruhig machen. Hat ja keiner was gesagt, selbst die WWE nicht. Aber sich dann da hinzustellen und irgendwie, ja, da eine Promo zu halten und dauerhaft zu provozieren und so während der Live-Veranstaltung und damit die Live-Veranstaltung zu stören, das ist ganz armselig. Sorry, das ist einfach armselig. Das ist genauso wie ein armer kleiner Fan, der einen Ring reinrennt, weißt du, und dort den Flitzer macht. Das sind einfach armselige Säule, die Aufmerksamkeit brauchen. Mehr nicht. Ja, ähm, Enzo Amore, haben wir bei Spotfight auch berichtet, wurde zum Beispiel aus einem Flugzeug geworfen, weil er da wohl provokant auch aufgetreten ist, ähm, so eine E-Zigarette geraucht hat. Nachdem er mehrfach verwarnt worden ist. Ja, und das zeigt halt schon den State von Enzo gerade. Aber er hat's auch bei uns wieder geschafft, so der Talking-Point noch in dieser Review zu werden, ganz klar. Und, äh, hat wieder Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber das spricht halt nicht gerade für ihn und eher für die Verzweiflung, die er gerade hat, irgendwie noch zu versuchen, relevant zu bleiben, in den Köpfen zu bleiben. Ja. Ja, ich muss sagen, er spricht nicht für die Leute, die das dann noch feiern und ihn dann auch noch verteidigen. Sorry, das ist eine Witzfigur, nichts anderes. Ja, also, wenn du's so ausdrücken willst, ja, äh, kann man, kann man, kann man vielleicht so sagen. Ich würd einfach sagen, er ist jemand, der sehr, sehr verzweifelt nach Aufmerksamkeit sucht, ähm, und sie außerhalb seiner WWE-Karriere wohl nicht zu bekommen scheint bisher. Da läuft's wohl auch nicht so rund und so erfolgreich, aber, äh, lass uns weitergehen. War ja auch Großteil der Cruiserweight-Division vor seinem Abgang. Und zur Cruiserweight-Division gehen wir jetzt, Björns, da was für eine Überleitung, denn es ging bei der Survivor Series auch endlich mal wieder um die Cruiserweight-Championship. Und das war... Aber du sagst jetzt um Wrestling. Das war, ja, auch, aber das ist jetzt seit längerer Zeit nicht mehr passiert, dass bei einem WWE-Großevent die Cruiserweights auf der Kart stehen. Generell bei Raw sind sie nicht mehr, ähm, regelmäßig da. Und, äh, jetzt eben auch bei den Pay-Per-Views nicht mehr. Außer bei den Big-Four-Events, ähm, und das war jetzt hier auch der Fall. Survivor Series, Buddy Murphy trat an gegen Mustafa Ali. Auf Twitter hat schon jemand geschrieben, ähm, ähm, at Perkix-WWE, könnt ihr mir da folgen auf Twitter, wenn ihr eure Meinungen schreiben wollt, dann haben die vielleicht auch Potenzial, in die Review zu kommen. Und da meinte einer zu mir, sag mal, das ist das einzige Match, das bisher überzeugt hat. Ging 13 Minuten lang, war ordentlich. Und Buddy Murphy hat es sich hier quasi unter den Nagel gerissen, das Match, möchte ich fast sagen. Und, ähm, sich durchsetzen können. War eine gute Sache. War sehr, sehr gelungen. Sehr, sehr ordentliches Wrestling, so wie man es quasi von den beiden auch erwartet. Die Crowd hat es lange Zeit nicht interessiert, bis die beiden halt wirklich heftige Aktionen abgerissen haben. Auch diesen Spanish Fly vom Kommentatoren, ähm, Pult außerhalb. Ja, aber, ähm, die Crowd trotzdem lange Zeit nicht drin. Tolles Match, muss man sich anschauen, finde ich, ist eines der Highlights dieses Pay-Per-Views trotzdem gewesen. Allein wegen dem, wegen der ringerischen Klasse, die man hier gesehen hat. Und ich fand es sehr, sehr erfrischend, hier die Cruiser Rates mal wieder auf der Kart gehabt zu haben. Ähm, wieso nicht? Wieso nicht? Ja, also ich meine, da bin ich voll bei dir. Ähm, ich meine, warum die Crowd einfach nicht so abgegangen ist, das liegt wahrscheinlich genauso daran, ähm, warum wir vielleicht am Anfang nicht so inbegriffen waren, weil einfach, ja, wir einfach in den Storys ja nicht drin sind und so. Also zumindest ich nicht. Also ich kann von mir überhaupt nicht, ich gucke kein Tour auf Hive. Ich weiß nicht, dass manche Leute machen das ja da draußen. Und das soll auch gar nicht so schlecht sein. Aber wenn man natürlich da nicht drin ist, dann erwartet man natürlich erstmal nur ein Fortress Wrestling Match und guckt mal, was da so kommt. Und man muss sagen, die haben eine Klappe für eine Stunde Zeit bekommen, haben dafür ordentlich abgeliefert. Das war, ähm, wirklich, ähm, ganz, ganz hohe ringerische Kunst. Und da auch ein paar ganz, ganz krasse Spots dabei. Also vor allem wie Buddy Murphy, äh, sorry, äh, wie Buddy Murphy teilweise Mustafa Ali dort durch die Gegend geschmissen hat oder auch so ein geringes Pfefferkart und sowas halt. Da waren schon ein paar Bumps dabei. Da hab ich echt gedacht so, Oh, dann nimmt der Ali aber einiges so. Und das hat natürlich delivered, gar keine Frage. Dann das Bandisch-Flei vom Kommandatorenpult und so. Das, das zieht natürlich. Und man muss ganz klar sagen, Age of the Evening, das muss man einfach ganz klar sagen, geringerisch, ganz, ganz weit vorne, äh, ganz, ganz weit vorne gewesen und das beste Match des Abends. Ähm, ja, schade, dass man in Anführungszeichen nicht so ganz inbegriffen ist, weil man es einfach, dass das Produkt nicht verfolgt hat. So, ja, dafür können, ja, die beiden Akteure natürlich nicht. Einzige Fragezeichen, was ich mir aufgeschrieben hab auf meinen Zettel, ist zu Buddy Murphy. Hat denn eigentlich jemals jemand auf die Waage gestellt? Es gab tatsächlich im Aufbau dieses Matches, ähm, ein Weigh-In-Segment, wo die beiden sich gewogen haben. Das ist bei 205 öfter, äh, so Grundlage, weil das Ganze ja auch, also die ganze Show ist ja nach einem, äh, Gewichtslimit, ähm, benannt und basiert darauf 205 Pfund, also circa 95 Kilogramm und, äh, oder? Ich glaube, 95, ich muss jetzt nochmal nachschauen. Ich hab keine Ahnung, wie ich das falsche sage. Ich glaub 95, lass uns einfach mal festhalten. Ansonsten, Leute, korrigiert uns im Chat. Äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, da gab's auch Weigh-In-Segmente und da gab's dann auch nen Brawl, die eins da zwischen den beiden. Du sagst, es ist das beste Match des Abends. Ich würde sagen, das kann man so, ja, kann man, kann man so festhalten. Ja, aber es waren übrigens keine 5 Sterne, wie ich öfters sogar auch mal wieder von irgendwelchen Leuten auf Twitter gelesen hab oder sowas halt, weil dafür führte eigentlich eindeutig die Matchologie in so ein bisschen halt so. Aber das war ganz große Westling-Kunst, gar keine Frage halt so. Aber es waren jetzt keine 5 Sterne, also man sollte auch nicht immer alles übertreiben. Es war, find ich, auf einem Level mit 2 Matches, zu denen wir gleich noch kommen. Was heißt auf einem Level, ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, aber... 2 Matches, ne? Okay, ich bin gespannt. Also 1 hält ja noch 1, aber 2, okay. Ich bin gespannt, Björnste, ja, aber, ähm, das war halt, also so ringerisch-technisch war das wohl auf jeden Fall das beste Match des Abends, kann man eigentlich so festhalten. Ähm, ja, so rein qualitativ, was du dann auch noch meintest mit der Match-Psychologie und so, da gab's dann andere, die noch überzeugt haben. Ob das das nächste Match ist, was wir jetzt ansprechen werden, ist jetzt die Frage. Das traditionelle 5-on-5 Survivor Series Elimination Match. Team Raw gegen Team SmackDown, das letzte seiner Art in dieser Stipulation quasi, Björnste. Und ich will dir einfach nur mal die Vornamen dieser Match-Paarung aufzählen. Lehn dich einfach zurück und genieße, denn... Drew, Braun, Dolph, Finn und Bobby traten an gegen Shane, Miz oder, ja, weiß nicht, bei The Miz gibt's ja keinen Vornamen, man kann auch The sagen. Außerdem waren Ray, Jeff und Samoa auch noch am Start. Als ich diese Vornamen hier gehört habe, beziehungsweise durchgelesen habe, hab ich mir gedacht, boah, das ist eine ganz schön krasse Boati, die da abgeht, eine schöne Paarung. Und ich hab Bock auf dieses Match. Außerdem natürlich der große Beef zwischen Drew McIntyre und Braun Strowman hier fokussiert. Die haben sich in die Haare bekommen und konnten sich gar nicht so richtig leiden. Und das hat man auch wieder sehr, sehr cool dargestellt, war auch die Grundlage des Startes des Matches. Und da müssen wir auf jeden Fall gleich drüber reden, denn Drew McIntyre hat sich dann mit Samoa Joe so ein bisschen angelegt, beziehungsweise andersrum. Joe hat Drew McIntyre in die Kokina Klatsch nehmen können, direkt am Anfang. Aber er befreit sich, der gute Drew, und haut den Claymore-Kick raus, besiegt den Samoa Joe hier in der Mitte des Rings und eliminiert ihn aus dem Match nach wenigen Sekunden. Was geht denn hier ab, hab ich mir gedacht? Ja, frag das mal einen großen Samoa Joe-Fan, vielleicht kennst du ja einen. Ich kenn einen, der sitzt hier gerade vor dem Mikrofon. Und ich weiß nicht so ganz, was das soll und wie ich das einordnen soll. Denn ich meine, es ging natürlich dann los, ich meine, Braun wollte beginnen, aber Drew hat sich dann selber eingetaggt halt so, ja, und hat gesagt immer, ich bin hier der große Held, nicht du. Dann muss das Samoa Joe in Anfangszeichen für den Vorteil für sich aus und kann von hinten den Kokina Klatsch ansetzen. Hat damit quasi eigentlich ja den Vorteil, zumindest in diesem Start, aber wird dort abgefertigt, ja, wie ich es von einem Jinder Mahal erwarten würde, nämlich ihr fittigen Claymore-Kick und bleibt einfach dort drei bis drei liegen. Ich meine, klar, natürlich kann man sagen, ey, guck mal, der Claymore-Kick kommt damit total over, Drew kommt damit total over und so. Ja, aber kann man das nicht gegen irgendeinen Hampelmann machen? Muss man dafür irgendwie Samoa Joe hernehmen? Der, ich würde es ja noch verstehen, wenn man vorher dargestellt hätte, dass Samoa Joe überhaupt nicht motiviert ist und gar keinen Bock drauf hat, weil, was interessiert ihn Smackdown und sowas halt so, ja? Dann würde ich das noch alles irgendwie nachvollziehen, da können wir, weißt du, da kann man sagen, er war nicht fokussiert oder irgendwas halt so. Aber man hat auch noch zwei Segmente vorher gebracht, wie motiviert das Samoa Joe ist, weißt du, was Smackdown alles zu geben und dann wird der einfach, ja, wie der letzte, wie der letzte Fuck-Jobber dargestellt. Und ich, 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 ich meine, ich bin groß als Samoa Joe-Fan, ja? Aber wer jetzt noch irgendwie glaubt, dass er in naher Zukunft irgendwie World Champion wird, der hat's ja auch nicht mehr alle, oder? Nee. Auf jeden Fall war, sehr enttäuschend fand ich auch, war eine Darstellung, die natürlich, also ganz klar ... Vor allem, warum? Es hat ja jetzt irgendwie, es hat ja jetzt nichts irgendwie, wenn man jetzt irgendwie damit darstellen wollte, weißt du, okay, Smackdown kann doch ohne Samoa Joe jetzt irgendwie danach noch, weißt du, als Underdog irgendwie groß rauskommen oder irgendwas damit erzählen hätte wollen, aber ... Also der Fokus war ... Das war der Beginn der Vergewaltigung. Also das war der Beginn der Vergewaltigung halt so. Ich meine, die Match, die auf der Vorfahren umgegangen sind, das war ja auch schon sehr fragwürdig, vor allem, dass es so klar ausgegangen ist. Vor allem, ich hab mich gefragt, wieso jetzt Smackdown noch irgendwie rankommt, wie soll noch Spannung in die Show kommen oder irgendwas halt so, ja? Aber ich meine, da ging's ja los und danach, ich meine, du willst es jetzt gleich erzählen, aber ich meine, War hat sich nur selber in die Haare und sowas halt so, ja? Ich meine, dieser ganze Abend wurde quasi die Story erzählt. War ist das große, starke Brand. Allerdings, die verstehen sich alle nicht und alle haben sich eigentlich gar keinen Bock da drauf und irgendwie, weißt du, so, ja? Und Smackdown, das sind die kleinen Underdogs, die aber alle zusammenhalten und alle groß zusammen kämpfen wollen und deswegen irgendwie zum Sieg zusammen gemeinsam kommen wollen und deswegen muss man da irgendwie auf Spannung aufbauen. Aber was hat man am Ende ja gezeigt? Dass einfach dieses große Abband, da wurde sich alle nicht verstehen und da wurde sich alle nicht leiden können, trotzdem alle Smackdown-Typen mitten links abfertigen einfach. Das ist doch lächerlich. Ich meine, zu den nächsten Matchenden kommen wir ja noch halt so, ja? Aber ich meine, das war alles nix. Das war einfach alles nix. Dead-Fazit, Björnster. Also erstmal zu dieser Drew McIntyre-Samoa-Joe-Sache, dass Samoa Joe so schnell eliminiert wurde, liegt einfach, glaube ich, daran, dass man McIntyre krass fokussieren wollte, dass man ihn jemanden besiegen lassen wollte, der eigentlich ein krasses Standing hat. Samoa Joe ist ja auch ein Zerstörer, ist ja auch jetzt jemand, bei dem man nicht denkt, dass er direkt nach fünf Sekunden eliminiert ist oder so. Ja, aber hätte man das ja für Jeff Hardy nehmen können oder so? Hat den irgendjemand danach ein Match gebraucht? Jetzt nicht böse gemein an alle Hardy-Fans oder so halt, ja? Aber er hat ja jetzt keine relevante Rolle nach dem Match mehr gehabt oder so, weißt du? Warum Samoa Joe? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Drew McIntyre war der Fokus dieser Entscheidung und kann man sich natürlich lange darüber streiten jetzt, dass das passiert ist. Ja, also, schade. Zeigt halt, was man so ein bisschen von Samoa Joe hält und dass er wahrscheinlich jetzt auch in Zukunft jetzt nicht mehr groß an die Spitze gepusht wird oder zumindest vorerst nicht. Und der gute Drew McIntyre jetzt natürlich in diesem krassen Putsch, äh, Putsch, sage ich schon, Putsch, der aber auch kein Teamplayer war, später auch noch mit Finn Balor aneinander geraten. Das hat man ja auch noch dargestellt. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu diesem Match zu sagen? Shane McMahon war natürlich mit dabei, war im Ring mal wieder ziemlich schwach. Der beste Wrestler der Welt. Ja, äh, der beste Wrestler der Welt, der im Ring der schlechteste hier in diesem Match war, tatsächlich, also zumindest was technisch das Ganze angeht, ähm, hat zwar sein Leap of Faith durch den Kommentatoren-Tisch gezeigt und zwei Coast-to-Coasts, ähm, ja, aber technisch natürlich wieder nicht das Gelbe vom Ei, das erwarten wir aber nicht von ihm. Trotzdem, Björn, er war Soul Survivor. Strowman holt dann den Sieg, pinst Shane und gewinnt das Match undramatisch. Ähm. Ja, zwischenzeitlich hat sich War komplett in der Wolle gehabt, ja. Das wäre eigentlich die Möglichkeit gewesen, Smackdown irgendwie wieder zurück ins Match zu bringen, aber trotzdem hat eigentlich War dieses Match komplett dominiert. Also, das ist halt so, man hat eigentlich wirklich Smackdown dargestellt, die kleinen Schulkinder. Also, das ist halt, ich verstehe, es ist nicht, also... Es ist so komisch irgendwie. Und ich meine, man muss sich mal überlegen, der Soul Survivor von Smackdown, der am Ende alles überlebt hat und eine große Held war und die größten Aktionen gezeichnet und alles hat, war der beste, beste der Welt, Shane McMahon, der hier quasi über das komplette Waster gestellt wird. Und wenn man das jetzt mal am Ende übertrachtet, ich meine, ich nehme es einfach mal voraus, ja, ich meine, sorry, Spoiler für die Review und sowas halt so, ja, am Ende gewinne ich ja War 6 zu 0, diese Show und sowas halt so, dann frage ich mich, worauf das alles hinauslaufen soll und alles andere als ein Mega-Heal-Turn jetzt irgendwie am Dienstag, wo Shane gegen das komplette Waster quasi turnet und sagt, ich bin geiler als sie alle zusammen, was soll das denn sonst? Also, ich meine, du musst mir irgendjemand erklären, was das soll, den ganzen Abend. Ich verstehe es nicht. Ich würde es gerne verstehen. Es war diese ganz, ganz eigenartige Darstellung, dass das Team Raw fast so ein bisschen implodiert und nicht klarkommt miteinander. Bei SmackDown auf der anderen Seite ja überhaupt keine Probleme oder so. Also, da sind zwar ein bisschen Ungleichheiten, aber dann auch noch diese Backstage-Promo davor mit The Miz, der die Leute motiviert und der, ja, den Rücken stärkt und sagt, we are SmackDown, we are SmackDown und so. Und dann gehen die da raus und man denkt so, okay, klare Sache. Ey, Raw, die brechen auseinander als Team. SmackDown, Shane McMahon eint die so und The Miz ist da auch noch mit am Start. The Miz übrigens in diesem Match der größte Teamplayer in diesem gesamten Line, aber es ist schon crazy. Ja, und am Ende bleiben Braun Strowman, Drew McIntyre und Bobby Lashley im Team Raw ungepinnt und unbesiegt. Shane McMahon scheidet aus und es ist ein weiterer dominanter Sieg für Raw zu diesem Zeitpunkt. Wo dann auch nichts mehr passiert oder so. Wo dann auch nichts mehr passiert, sondern es wird einfach dargestellt, dass Raw absolut dominant mit drei Leuten Überzahl gewinnt gegen Shane McMahon von SmackDown, der letzte übrig ist. also das quasi anführungszeichen schwächste Glied halt so, ja. Man hat quasi, man wollte darstellen, dass SmackDown einfach nix ist, aber wirklich gar nix. Das hätte man ja zumindest am Ende noch, ich hab gedacht, okay, komm, Shane ist es todesnah und sowas, aber er ist ja der beste Wrestler der Welt und jetzt werden sie bestimmt noch zu Wu und Raw in die Haare kriegen und Bobby Lashley mischt da mit irgendwie am Ende und keine Ahnung und klar, am Ende wird Raw gewinnen, aber irgendwie schafft es Shane noch zwei zu eliminieren oder irgendwas halt so. Das wäre genauso scheiße gewesen halt so. Ja, aber ich hab doch irgendeinen Quatsch, kommt da halt weges. noch ganz so, aber nix. Man wollte unbedingt darstellen, dass Raw fünf Stufen über SmackDown ist und ich frag mich halt einfach, warum? Ich mein, ich hab eben schon gerade eben schon einen Twitter-Beitrag gesehen hier und für diese Showzeit für Fox nächstes Jahr 205 Millionen Euro jedes Jahr 6 zu 0. Für SmackDown zahlen die das ja, ne? Die Idioten, ne? Ja. Es ist eine sehr, sehr, ähm, eigenartige Darstellung, die ja, wie wir alle hoffen, auch einen Grund hat. Also wir suchen gerade nach diesem Grund, wieso stellt man SmackDown so negativ dar und ich sehe den Grund aktuell nicht. Vielleicht wollte man einfach mal eine Abwechslung reinbringen, weil es sonst immer mega knapp ist und das dann vielleicht erst unrealistisch gilt und man einfach mal so eine Raw, Raw One-Brand-Show machen wollte. Auf der anderen Seite ist es halt einfach, also eine komplette Beerdigung und der Undertaker war nicht mal da, aber, also die haben mir SmackDown komplett geburried einfach und, äh, ja, wahrscheinlich ist Healturn von Shane McMahon dann wirklich so der Storyline-Hintergrund, kann ich mir echt gut vorstellen. Ähm, wenn das wirklich unbegründet jetzt bleibt, dann wäre es natürlich extrem bitter, wobei diese Show halt auch im Endeffekt nicht so viel nachwehen hat, wie man es jetzt vielleicht direkt danach glaubt. Also, äh, in einer Woche wird es wieder vergessen. Natürlich nicht. Ich meine, du hast es ja gerade eben schon angesprochen, da bin ich mich noch gar nicht drüber aufgeregt, halt so, ja. Aber ich meine, man hat ja quasi schon während des Paperviews schon die nächsten Paperview aufgebaut, TLC. Ich glaube, das wird gar kein großes Thema sein. Natürlich wird Shane irgendwie wahrscheinlich ein bisschen sauer sein am Dienstag oder sowas halt so, ja, und, Raw wird sich am Montag ein bisschen freuen und dann war es das. Dann ist ja auch Survivor-Series Geschichte und dann ist diese ganze Storyline von zwei Wochen, die wir ja nur hatten, in Anführungszeichen zum Glück, ja, weil man ja vorher die Zweifel sich nicht aufbauen konnte, man muss ja schließlich vorher irgendwelche Hausschaus aufbauen, die in der Saudi-Arabien stattfinden. Dann ist die ganze Sache ja vergessen und da wird nichts mehr passieren und das wird keine Konsequenz haben, sondern, wow, es hat einfach 6-0 gewonnen und das haben alle Leute in drei Wochen vergessen und dann geht die WWE weltweit weiter, weil wir müssen ja TLC aufbauen. Das wurde schon während dieses Paperviews gemacht, denn man könnte natürlich irgendwie diese Storyline zwischen Seth Walters und Dean Ambus irgendwie groß irgendwie aufbauen und das Match, ein TLC-Match zwischen denen groß aufbauen oder man könnte natürlich auch einfach während des Paperviews einen Twitterbeitrag raushauen und ein kleines Segment zeigen und das Vorles am Mikrofon sagen, übrigens, du hast bei TLC-Match ja gewinnt, ja, gegen den Einbus. Achso, ja, danke, okay, super. Was ist das denn? Wollen die mich eigentlich verarschen oder was? Das ist doch einfach, ich verstehe diese Welt nicht mehr, weil es ist natürlich wollen die ihre Social-Medien pushen und sowas halt so, ja? Aber werden die Social-Medien nicht auch gepusht, wenn man das ein, zwei Wochen aufbaut mit großen War-Segmenten halt so und dann wird dieses TLC-Match bei War bekannt gegeben und dann kann man das immer noch twittern, oder? Also ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht und dann können die Leute sagen, Bödo, du regst dich wieder künstlich auf oder so halt, aber das sind halt so Kleinigkeiten, wo ich mir einfach denke, ey, come on, die gegen Seth, das ist momentan eine der größten Fäden, die wir haben und ihr gibt dieses Match irgendwie in einem Backstage-Interview bekannt, wo Seth und eigentlich auch bei der Reaktion und man weiß, ob man eigentlich Bock drauf hat oder nicht, was soll das denn? Ich fand, Seth Rollins hat da sehr, sehr cool reagiert, er kam da sehr als Face rüber, er hat da schauspielerisch auch sehr, sehr cool reagiert und ich finde, Seth Rollins an sich holt aus diesem, aus dieser Situation, die du gerade beschreibst, so dieses, dieses WWE-Booking mit den Announcements und auch aber diesen, geskripteten Promos und fehlenden Zusammenhängen holt er noch sehr viel raus, aber das geht halt nicht allen so und das ist so ein bisschen das Problem. Ja, kann man sich lange drüber aufregen, ich würde sagen, wir gehen weiter, weil du schon sehr viele Punkte angesprochen hast. Wir waren gerade dabei, das Thema anzusprechen, dass die Geschehnisse hier bei der Survivor Series vielleicht auch noch Auswirkungen haben, vielleicht in Sachen Heel-Turn für Shane McMahon, weil SmackDown eben komplett untergegangen ist. Das ist auch möglich bei einer Dame, über die wir jetzt reden werden und zwar im Match Ronda Rousey gegen Charlotte Flair. Das war ein sehr, sehr brawl-mäßiges, schönes, starkes, auch chaotisches Match, viele Ringer-Elemente. Björnster hat da eine heftige Sache auf Twitter geschrieben, at der edeljobber, das beste Match der Frauen dieses Jahr oder so. Ist das immer noch deine Meinung oder war das so ein bisschen im Eifer des Gefechts wie hier dieser Kampf? Also wenn, dann möchte ich mich natürlich richtig zitiert haben. Ich habe geschrieben, zweitbestes Match des Abends, bestes Damenmatch des Jahres, sollte man jemand sagen, sollte man jemand sagen, Wonder Rousey könnte nicht abliefern, bereits jetzt besser als 90% der Frauen. Bestes Frauenmatch des Jahres? Ich wüsste jetzt zumindest spontan jetzt die letzten elf und halb Monate kein besseres Frauenmatch, wenn ich ehrlich bin. Fand Lynch gegen Charlotte von Evolution tatsächlich noch besser, aber ansonsten waren die, also waren die auch nah dran Rousey und Flair. Ja, okay, okay, das hat mir das Ende zu sehr abgefuckt. Ja, aber sonst war das natürlich auch sehr, sehr stark eine Frage. Aber jetzt, ich meine, was ich natürlich mit diesem Tweet rüberbringen wollte, war halt einfach, ich meine, ich bin ja jemand als bekannt, der Frauenwrestling jetzt nicht unbedingt mag und sowas halt so, ja. Und ja, die meisten Leute, mit denen ich da den Paper gerade eben zusammengeguckt habe, die waren jetzt auch nicht unbedingt so begeistert davon. Ich muss sagen, ich habe dort, ja, das ist Wrestling, was ich mag, in Anführungszeichen, aber ich habe dort einen Fight gesehen, halt so, einen richtigen Fight halt so, und für das, was eine Wanda Rousey im Wrestling-Ring bis jetzt an Erfahrung hat und, ja, zeigen kann und sowas halt so, ja, gegen eine Charlotte, die das perfekt auch mitgewirkt hat und mitgezogen hat, ja, und deswegen auch Charlotte eine der besten Wrestlerinnen der Welt ist halt so, ja. also sorry, das war ein richtig krasser Fight und, ähm, das würde ich Leuten vorzeigen und würde sagen, hey so, come on, was wollt ihr jetzt dagegen sagen, dass das, okay, Wrestling ist Schauspielerei, keine Ahnung was, halt so, ja, aber das sehe ich halt viel mehr, wenn halt Seth Wallens halt drei Suicide Husten aneinander hat nach draußen gemacht, halt so, als in diesem Kampf, der halt für mich rüberkam wie, ja, das ist für mich Sports Entertainment in Anführungszeichen, ja, das Entertainment kommt woher rum, die ganze Storylines und sowas halt so, ja, und im Ring wird Sport abgeliefert, so, und die haben sich beide richtig reingehangen und auch Wanda Wow, sie hat richtig kassiert und auch später bei dem Beatdown, den wir später wieder ansprechen werden, halt so, da wurde nix geschont und dann, wenn man auch später die Körper gesehen hat und so, auch von beiden halt so, das war richtig stiffe Action, das war, ja, Wrestling in Anführungszeichen wie ich es liebe, was man sonst in Anführungszeichen nur von den Indie-Geisten, wo ich sage, in Anführungszeichen, man sieht, man weiß, die können sich jetzt die nächsten zwei Wochen erholen und bevor sie die nächste Show haben, in Anführungszeichen, halt so, ja, aber die müssen morgen wieder im Ring steigen und werden ihre Blisuren dabei mit dem Ring tragen und sowas halt so und die werden sie heute Abend spüren und die beiden haben richtig delivered und sorry, das war das beste Match von Wanda Wowzy, was sie bis jetzt abgeliefert hat, Charlotte hat hier diesen Spot von Becky Lynch perfekt eingenommen, besser als man hätte jemals gedacht, aber ich meine, come on, wir waren alle enttäuscht, dass Becky nicht antreten kann, wir waren alle enttäuscht, dass Becky nicht antreten kann, halt so, ja, und waren deswegen überhaupt nicht gehypt auf dieses Match, es war null aufgebaut und alles halt so, ja, und dann liefern die beiden so dermaßen ab, dass das Publikum auch gar nichts anderes mehr kann, als einfach, ja, zu sagen, ey Jungs, sorry Jungs, ey Mädels, ihr habt, die Löwe hier gerade richtig, ihr unterhaltet uns gerade richtig und das ist richtig, richtig geil und ja, viele regen sich über das Match-Ending auf, ich habe ja auch schon auf Twitter ein bisschen diskutiert, auf Twitter diskutiert, ich fand das richtig gut, weil dieses Match wurde vorher nicht aufgebaut, das kam jetzt out of nowhere, ja, das haben wir alle irgendwie erst für WrestleMania 35 erwartet gehabt und so das große Aufeinandertreffen und jetzt hier einen klaren Sieger zu geben und sowas hätte ich für Schwachsinn gehalten als so, ja gut, am Ende sieht es natürlich ein bisschen doof aus für SmackDown, weil, ja gut, warum greift Charlotte zu den Mitteln, weil sie vielleicht, ja, merkt im Match, dass sie sonst Wonderhouse nicht besiegen kann, wie auch immer halt so, ja, aber ich fand das richtig gut für den Aufbau dieser beiden Ladies in Anführungszeichen, für das, was noch kommen kann und mich hat das, also klar, das Cruiser-Wed war vielleicht noch westerisch hochwertiger, ja, was da an Aktionen und an High-Flying-Sachen gezeigt worden sind, halt so, ja, aber das war eindeutig für mich das unterhaltsamste Match des Abends und ich hab mich hier pur unterhalten gefühlt und, ja, Respekt an Wanda Wowsie, dass sie dort auch bei dem Bleatdown später halt so was halt so alles andere als zurückhaltend diese Sachen eingesteckt hat, halt so und, das wird mit Sicherheit vorher mit Schadet abgesprochen gewesen sein, dass sie auch gesagt hat, ja mal hier, scho mich nicht, sondern Hut ruf, ne, Lady, Hut ruf und, ja, das einzige Abfuck-Moment in dem Moment, auch, dass sie Charlotte so feiern und auch sie Charlotte und Becky so feiern in das Publikum, kann ich alles verstehen halt so, ja, aber wenn Wanda Wowsie danach nach diesem Beatdown diese Halle verlässt und dann so Idioten von rechts schreien you deserve it und sowas halten, das hat Wanda Wowsie in dem Moment echt wehgetan, das hat man die auch angesehen, was natürlich auch absolute Bullshit ist, weil die hat in dem Moment so delivered und die hat das Publikum noch mitunterhalten, das ist nicht nur Charlotte, die die Aktion dort auszeiht, das ist auch die Lady, die das einstecken muss und, ja, ich kann nur sagen, ähm, ich hab geschrieben, zweitbestes Match, weil es das zweitbeste Wrestling-Match war, aber es war mit sie halt das Unterhaltsamste des ganzen Abends. Ja, also da würde ich mich anschließen, das war schon, äh, große Klasse, was die beiden hier auf die Matte gezaubert haben und vor allem war's halt, wie du sagst, ein Fight, also es war anders als andere Matches, die wir an diesem Abend gesehen haben, weil es halt wirklich stiff war, in einem anderen Stil auch geworkt und das Match hat, finde ich, sehr, sehr stark, ähm, beide gut aussehen lassen und, äh, auf beiden Seiten auch, äh, so eine gewisse gute Darstellung, äh, ermöglicht. Charlotte haut am Ende Ronda Rousey mit einem Kendo-Stick weg, DQ, es gibt also keinen Sieger, wie du es schon gesagt hast und hier ist dann der Moment erreicht. Genau, es gibt schon einen Sieger, wo er hat gewonnen, weil natürlich, äh, Charlotte disqualifiziert worden ist. Genau, so, also es war das, sozusagen das 5 zu 0, aber jetzt kein klarer Sieger durch Pin, also Charlotte hat jetzt hier nicht, ähm, ja, in der Submission oder so in der Armbar verloren, sondern sie zerbricht psychisch, sieht keinen anderen Ausweg, als Ronda Rousey zu verprügeln, weil sie eben nicht nochmal in einem großen Match verlieren wollte, wie sie es gegen Becky getan hat. Sie wollte Rousey nicht diesen Sieg schenken und sie will die Beste sein, all das sind so Charakterfacetten, die man hier dann durchschimmern lassen hat, die auch die Kommentatoren nochmal aufgegriffen haben. Das war schon auch von der Storyline her sehr, sehr cool, so was, was die Grund-Match-Story ist und dann natürlich auch noch, ähm, was jetzt die, ja, das Potenzial für die Zukunft angeht. Da kann man ganz, ganz viel draus machen, was Charlottes Charakter angeht und von daher, go for it. Charlotte greift dann auch noch die Referees an, greift, äh, Ronda Rousey natürlich brutal an. Das war sehr, sehr gut umgesetzt und auch die Mimik von Charlotte, äh, war natürlich sehr, sehr beeindruckend, fand ich. Also sie hat diesen Charakter-Change und auch diesen Heel-Turn extrem gefühlt. Ich muss nur anmerken, Björn, was ist eigentlich gerade los bei SmackDown? Psycho-Heel-Turn nach Psycho-Heel-Turn, einmal der Daniel Bryan, der jetzt abgeht und dann auch noch Charlotte. Also bei SmackDown drehen alle durch, oder? Was ist denn da los? Bei SmackDown drehen alle durch. Ja, ich hab natürlich nur eine einzige große, große Bitte an die Wighter von SmackDown und an Vince McMahon, der das natürlich auch irgendwie absegnen muss und sowas halt so. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass Charlotte jetzt Heel-Turn ist und am Dienstag Charlotte als Heel auftritt und gegen Becky auftritt und Becky jetzt wieder Face sein soll, nur weil Becky ja die tollen Reaktionen bekommen hat und deswegen mal Becky wieder auf die Face-Seite gebracht hat, sondern das Traum-Szenario wäre doch, wenn die beiden sagen würden, okay, Charlotte, ich hab dich ausgewählt und das haben wir ja vorher schon abgesprochen nach dem Motto, weil Charlotte hat sich auf die Seite von Becky geschlagen halt so und die beiden gehen jetzt hier ein bisschen ja, beide sind Mad in Anführungszeichen und gehen gemeinsam auf Tour und sowas halt. Das fände ich geil. Ich möchte jetzt bloß nicht sehen, dass jetzt irgendwie Becky deswegen jetzt am Dienstag das große Face ist und Charlotte als großes Heel dargestellt wird. Das fände ich ziemlich traurig. In der Tat, ja, da müssen wir abwarten, wie sie das bei SmackDown am letzten Endes umsetzen. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf auf jeden Fall. Ja, und hier wieder eine Charakter-Chance, die sich einfach bietet jetzt mit Charlotte da wieder viel Momentum aufzubauen und das hat sie eben bei diesem Heel-Turn ja, schon in gewisser Weise geschafft und hat dieses, ja, auf jeden Fall zumindest einen Grundstein hat sie gelegt für Momentum jetzt für die Zukunft. Das war das 5 zu 0 für Raw. Björnster, lass uns zum 6 zu 0 gehen und zum letzten Match des Abends. Es hieß Daniel Bryan gegen Brock Lesnar. WWE gegen Universal Champion und das ist natürlich eine sehr interessante Charakterpaarung. Daniel Bryan, der frisch Heel geworden ist, der frische Heel gegen den Typen, der sowieso nur für Geld antritt und von den Fans gehasst wird. Trotzdem, obwohl hier zwei Heels im wahrsten Sinne gegeneinander angetreten sind, haben die Leute hier so ein bisschen in den Investment gefunden und sich auch für dieses Match interessiert, ganz einfach, weil sowohl Daniel Bryan extrem interessant ist, als auch Brock Lesnar so ein bisschen dieses larger than life Feeling bietet. Das war sehr, sehr cool. Ging aber ganz schön nach hinten los für Daniel Bryan, hat Lesnar vor dem Match getriezt, wurde dann im Match nach Strich und Faden zerstört, Suplex nach Suplex nach Suplex nach Suplex, aber der Referee wird bei einem F5-Versuch ausgenockt, Daniel Bryan haut einen Low Blow raus, Knee to Face, 1-2 Kickout und so hat Daniel Bryan AJ Styles besiegen und konnte so fast auch den guten Brock Lesnar besiegen, ab da war dann Drama in diesem Match, Spannung pur, Brock Lesnar hat dann letzten Endes gewonnen, als er eine Triangle Submission in einen F5 gekontert hat und das Ding gewonnen hat, aber was mir hier aufgefallen ist, Björn, sagen wir Brock Lesnar Matches, die können auch Spaß machen, wenn sie denn mal länger als 5 Minuten dauern, das war ein starker Matchaufbau, das war jetzt fast 18, ja doch über 18 Minuten sogar lang, fast 20 Minuten lang und ja, war natürlich trotzdem irgendwie so ein klassisches Brock Lesnar Match, in Anführungszeichen, nur dass es sehr lang war und deswegen auch extrem viel Unterhaltungswert geboten hat, fand ich, aber du bist da nicht ganz so überzeugt, glaube ich. Oh ja, es gibt da so mehrere Sichtweisen drauf, also es gibt einmal so die Booking-Sichtweise und das ist das Erste, was ich ansprechen möchte, denn unser Hauptthema ist ja heute Abend die Vergewaltigung von Smackdown und die hat man hier perfekt dargestellt, nochmal, auch im Main Event, denn riecht sich hier World Champion gegen World Champion an, ja, nur dass man hier die ersten paar Minuten ganz klar dargestellt hat, dass Daniel Boyen eigentlich wirklich 0,00000 Chance hat und Brock Lesnar dieses Match schon 10 Mal beenden hätte können, es einfach nicht getan hat und dann ja, mehr oder weniger tollpatschig fast das Match noch außer Hand gegeben hat durch natürlich eine Mega-Heal-Aktion von Daniel Boyen, der, ja, so wie Gutes sagte, ist doch unser Edel-Toaster, nee, Edel bin ja ich, nur der Toaster, wie schrieb ich den Toaster auf Twitter, Daniel Boyen ist während dieses Match ungefähr 5 Mal Heat und Face geturnt, ungefähr gleichzeitig, weil, ja, sehr interessante Reaktion am Anfang von seinem Entrance, er hat auch einige Buchrufe kassiert und so und das fand ich ja, in Anführungszeichen auch in Ordnung, auch wenn man Daniel Boyen-Fan ist, aber auch wenn ich Jürn-Simmons-Fan bin zum Beispiel, muss ich ihn nicht immer zujubeln, wenn er die böse Rolle spielt oder sowas, halt trotzdem darf ich den ausbuhen und trotzdem Fan von ihm sein, das gehört sich manchmal auch einfach so, wenn es zu der Rolle passt und das gefiel mir auch ganz gut, allerdings hat die WWE das natürlich mit dem Booking, ja, dann ein bisschen falsch verstanden, ich meine, dass Daniel Boyen jetzt nochmal hier in dem Match zurückkommt mit dieser Low-Blow-Aktion und damit seine Heal-Rolle nochmal unterstreicht und so, ist das eine, aber dass er danach noch mehrere Comebacks und oder zumindest Offensiven zeigt und die Leute ihn natürlich dann automatisch als Sieger sehen wollen und dadurch natürlich absolute Face-Reaktionen zieht, gleichzeitig aber wieder unfaire Reaktionen zeigt, da wird trotzdem bejubelt, das ist natürlich Reaktionsmöglich, wie man da mit den Zuschauern spielt, absoluter Blödsinn und macht gar keinen Sinn und ja, am Ende muss man ganz klar sagen, der ganze unfaire Scheiß und sowas halt, hat den anderen World Champion auch nicht geholfen, trotzdem wurde er einfach vergewaltigt von Brock Lesnar, der am Ende dann einfach den einen F5 braucht und dann ist auch Feierabend und damit war das Hinterloch der von Smackdown auf jeden Fall ganz groß geweihtet an diesem Abend. So sieht's aus, ein sehr, sehr eigenartiges Ende für die Survivor Series, würde ich mal behaupten, Brock Lesnar, der dann im Endeffekt oben stehen kann, natürlich, so haben wir's auch erwartet, aber diese Booking-Perspektive, die du ansprichst mit Daniel Bryan, das war natürlich eine sehr, sehr eigenartige Charakterdarstellung, ganz klar. Ja, die andere hab ich natürlich jetzt noch vergessen, rein unterhaltsam, unterhaltsungsmäßig und sowas halt so, ja, nachdem das Comeback von Daniel Bryan kam, auch ich hab ein, zwei Nierfalls dann fast gefressen, also, und hab gedacht so, okay, vielleicht kann dann Daniel Bryan nicht doch diesen Upstate-Win durch die unfaire Reaktion dann auch schaffen, halt so, ja, das war natürlich unterhaltsam und wenn man alle dürfte ich nur steigen, als darf man sonst halt so, ja, aber rein Booking-mäßig ist das trotzdem eine absolute Vergewaltigung für SmackDown, dass er selbst mit den Heal-Aktionen nicht schafft, sich durchzusetzen. Absolut, absolut, also Booking-mäßig, da kann man sicherlich viel Kritik üben, ich muss aber sagen, jetzt allein von dieser Unterhaltungsperspektive und auch von der Match-Qualität, also wie die hier in dieses Match investiert haben, ja, und wie mich dieses Match auch mitreißen konnte, das war schon extrem stark und deswegen fand ich das auch wieder eine sehr, sehr gelungene Sache hier, ja, und das hat auch diesen Pay-Per-View definitiv aufgewertet, dass das kein Drei-Minuten-Match von Lesnar war, in dem er dann einfach so Brock Lesnar, äh, Daniel Bryan weghaut und das war's dann und dann geht der Pay-Per-View auf er und alle sind enttäuscht, sondern dass das halt wirklich hier jetzt mal länger ging und ich weiß nicht, was genau ist damit auf sich hat, dass Lesnar immer bei der Survivor Series die längeren Matches bestreitet, das war ja letztes Jahr auch so, aber wenn's Champion gegen Champion heißt, dann ist der Lesnar auch länger mal im Ring als drei oder fünf oder acht Minuten, sondern sind's auch mal 15 bis 20. Wäre das auch so gewesen, wenn letztes Jahr Jinder Mahal angetreten wäre statt Elsa Steiz? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube, da wäre es dann ganz, ganz schnell, äh, ganz, ganz deutlich ausgegangen. Ja. 6 zu 0, Jörg. 6 zu 0. Für Raw. So ging das Ganze. Wurde mal fragen, wer die A-Show ist und wer die B-Show ist? Oder, ich meine, jeder, der die Show gesehen hat, wurde hoffentlich beantwortet, oder? Wurde deutlich klargestellt, würde ich auch mal behaupten, ja. Lass uns zum Fazit gehen für diese Show. Rot gegen Blau. Man kann sagen, Rot hat rasiert und hier ordentlich mal gezeigt, wer der, ja, wer die Hosen anhat zwischen den beiden Brands. Jetzt ist die Frage, Björnster, wie bewertest du, wie bewertest du, so rum, die Survivor Series? Rückblickend, eine eigenartige Show, eine einzigartige Show, eine unterhaltsame Show, fand ich, aber auch eine Show mit deutlichen Lowlights. Es war also nicht alles Gold, was glänzt und nicht alles, äh, ja, so wundervoll, wie man vielleicht annehmen mag, wenn man so auch vielleicht die Results liest oder die Sternebewertungen, die ja schon sehr, sehr positiv ausfallen, jetzt auch in der Beschreibung, zumindest bei meiner Bewertung, aber, ähm, ja, es waren ja trotzdem einige Booking Lowlights dabei. Es gibt also positives wie negatives. Björnster, was sagst du als Fazit? Ihr könnt natürlich rechts oben, wenn ihr das im Nachhinein hört, in der YouTube-Version abstimmen, wie ihr den Pay-Per-View fandet. Ja, da gibt es prinzipiell zwei Fazits, also wenn man das rein wrestlerisch betrachtet, rein ringerisch betrachtet, war das sehr, sehr ordentlich. Ähm, da steht man auch, in Anführungszeichen, NXT gar nicht viel hinterher, wenn man das rein qualitativ vom wrestlerischen betrachtet halt. so, ja, das war schon, vor allem, was man bei den Darmatch gesehen hat und, äh, was man bei den Cruiser-Match gesehen hat, sehr, sehr cool und sehr, sehr ordentlich. Ja, auf aller Seite gibt es halt das große Booking-Thema und, ähm, das passt halt überhaupt nicht und, ja, einen Tag vorher bei NXT hat man gesehen, wie man beides kombinieren kann und dann richtig deliveren kann. Ja, und hier haben wir dann halt diese Survivor Series gesehen, die wrestlerisch, wie gesagt, das kannst du jedem zeigen, da wird keiner sagen, so, oh, die können aber nix irgendwie, irgendwie Leute oder so, die das da ausführen oder sowas, halt, das ist alles gut. wenn man das alles allerdings halt ein bisschen langfristig verfolgt und dann halt auch die Bookings dahinter verfolgt und so, da kann man sich wirklich nur am Kopf fassen und, ja, teilweise bleibt auch Fragezeichen zurück, warum macht man das? Ich meine, ich gehe davon aus oder ich hoffe einfach mal, dass die WWE sich ja dabei was denkt, dass man hier SmackDown 6 nur rasieren lässt und sowas halt so, ja, eigentlich muss da ja was kommen. Ja, allerdings, äh, die Vergangenheit zeigt auch, dass, ähm, man dort nicht viel zu, allzu viel Hoffnung reinlegen sollte und das vielleicht doch einfach vergessen wird und, ja, man einfach hier nur unterhaltsame Schau zeigen wollte, wo die Warfans wirklich gemacht werden. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, rein wesslerisch war das gut, rein buchenderweise katastrophal, ähm, am Ende war es trotzdem relativ gut zur Unterhaltung, muss ich sagen, das ging relativ fix um für einen Top 4 Pay-Per-View, der ja auch mal ein bisschen länger geht und so halt, ähm, da kann ich mich gar nicht beschweren, also ich habe mich nicht, irgendwie gar nicht unterhalten gefühlt oder so, halt auch mit den ganzen kleinen Zwischensegmenten mit A2s, und sowas halt, den man hier einfach nochmal loben, der wehen muss und so, das war schon cool gemacht und deswegen bleibt am Ende doch bei mir eine 6 von 10, obwohl es halt bookendmäßig teilweise eine, eher eine 2 von 10 war. eine 6 von 10 sagst du? Ja. Ja, ja, ich würde auch so in die 6 von 10 Richtung gehen, also, als ich, äh, direkt nach dem Pay-Per-View in mich gegangen bin und mich gefragt habe, so, okay, und das ist gerade von 1 bis 10, was gibst du denn? Habe ich auch so gegen 6 tendiert? Ich würde 6,5 geben, ja, weil es halt trotzdem Rester-Richtum schon zu hoch. Dafür waren da halt so viele katastrophalen Entscheidungen dabei. Nuancen, kann man sich drüber streiten, aber das Fazit, was du, äh, hier delivered hast, da kann ich mir eigentlich anschließen. Ähm, eine extrem dominante Raw-Show, die wir heute gesehen haben, muss dir ja gefallen als Raw-Fan und auch als, äh, Vertreter des roten Brands quasi in unseren Raw vs. Smackdown-Reviews, da bist du ja öfter mal, eher auf der roten als auf der blauen Seite. Das, ähm, muss dir also gefallen haben, generell auch Rester-Risch, äh, kann man das, äh, definitiv sehen, aber es scheidet sich halt im Endeffekt so ein bisschen an, ja, den kontroversen Punkten in Sachen Booking, wo es dann auch natürlich auch um Meinungen geht, aber auch, ne, mit Comedy zum Beispiel um Drake, Maverick oder den Art Truth, den guten Kollegen, ähm, oder Dance-Breakers während des Matches. Ja, da scheiden sich die Geister, dieses Mal hat mich die WWE-Comedy nicht so bekommen, wie sie dich bekommen hat anscheinend, ist auf jeden Fall schon mal crazy, schreibt uns auf jeden Fall rein, wie ihr diesen Pay-Per-View fandet, ja, das ist unsere Bewertung zur Survivor Series, beendet, hast du noch irgendwas loszuwerden, ansonsten können wir Off-Air gehen und auch diese Review hier beenden. Nö, es war mir wieder eine Ehre, ich hoffe, ihr hattet trotzdem irgendwie Spaß an den Pay-Per-View und auch Spaß an dieser Review und, ähm, ja, jeden Mittwoch könnt ihr mich auch hier hören, äh, da reden wir über War und Smackdown, dann würde ich sagen, hören wir uns am Mittwoch wieder, oder? Reingehauen, äh, pflegt ein Werther-Kollege zu sagen, aber Björnster, hau du es nochmal am Ende raus, in deiner guten alten good old Björnster at der Edeljobber Fashion Manier hier zum Ende der Review. Ja, ich wollte eigentlich auch reingehauen, äh, nicht reingehauen sagen, sondern deine Catchphrase, aber du hast glaube ich gar keine, von daher muss ich ja reingehauen sagen. Also reingehauen. ich sage immer so, ich sage immer so, ähm, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal und ciao. Okay Jungs, das ist jetzt nicht so markant. Haut rein Leute, bis zum nächsten Mal und ciao. Reingehauen. Reingehauen.